Wir kommen zum zweiten Superbike-Rennen hier auf dem Red Bull Ring. Nochmal die Startaufstellung, also die zwei Österreicher ganz vorne, dann Damien Cutlin und dann der nächste Österreicher Andi Meklau bei seinem, so wie es jetzt aussieht, definitiv letzten IDM-Rennen. Barry Wenemann, Altendorfer, Gisbert Van Ginhofen, Jones in Reihe 2, dann haben wir Stefan Nebel, Matthias Mörsch, Karl Magerich und Philipp Backlund in Reihe 3 und damit hinein ins zweite Rennen der IDM-Superbike. Wieder 18 Runden, wir schauen wer kommt am besten um die erste Ecke, das ist Martin Bauer, Weiterbogen von Jörg Teuchert, also Bauer vor Rannseder, dahinter dann Cutlin und Altendorfer. Das müsste die Reihenfolge im Moment hier sein, nach der ersten Kurve, dieses Bergaufstück. Genau, Rannseder bleibt auf Position 2 und ansonsten kommen hier auch alle gut durch und auch Sascha Hommel, der ja im ersten Rennen weit zurückgefallen war, durch den Sturz von Matthias Mörsch, auch er diesmal etwas weiter vorne, sogar vor Stefan Nebel. Und hier die Attacke gegen Roman Stamm, das hat funktioniert, ist damit also wieder eine Position nach vorne gekommen. Da haben wir noch Jörg Teuchert hinter Nebel und Smirsch und wir zählen dann also jetzt hier gleich nochmal durch, nach der ersten von insgesamt 18 Runden. Bauer, Rannseder, dann haben wir Cutlin, Mäcklau, Altendorfer, dahinter dann Magerich, Wenemann und auch Gareth Jones müsste das gewesen sein, der da mit dabei ist. Und wir sehen es immer wieder, gerade in der Anfangszeit der Rennen, immer wieder weite Linien hier in der ersten Kurve. Und Martin Bauer versuchte sich da ein bisschen aus dem Staub zu machen, hat nicht funktioniert, mit Magerich an Altendorfer vorbei. Und hier Matthias Mörsch relativ weit hinten, Steven Michels vor Kevin war gewesen und hier haben wir dann also auch noch Stefan Schrammel, der Startnummer 41, der sich da bewähren muss. Und unter anderem gegen Peter Preußler. So, also, Martin Bauer und Michel Rannseder, die beiden, die ja auch Rennen einzudominiert hatten, versuchten sich hier gleich wieder aus dem Staub zu machen. Und hier das Duell Nebel gegen Sascha Hommel. Stefan Nebel noch knapp vorne. Schauen wir mal, wie das dann oben an dieser Kurve ist. Hommel versucht es da vorbeizugehen und das hat funktioniert. Ist also vorbei am KTM-Piloten, vorbei an Stefan Nebel. Insgesamt ja hier in diesem zweiten Rennen ebenso wie im Rennen 1. 24 Piloten an den Start gegangen. Martin Bauer und Rannseder, die beiden, die hier vorne die Pace machten. Dann Katlin, Mäcklau, Magerich, Jones, Altendorfer, auch Philipp Backlund noch dabei gewesen. Dann hat Stefan Nebel gekontert gegen Sascha Hommel. Jari Wenemann ebenso noch in dieser Gruppe noch davor. Und Matthias Mörsch führt dann die nächste Gruppe an. Also seine Meisterschaftschancen sind ad acta gelegt nach dem Ausfall im ersten Rennen. Es wird wohl am Ende zwischen Martin Bauer, Magerich und Katlin ausgehen. Aber die besten Karten hat natürlich jetzt schon vor diesem zweiten Lauf Martin Bauer aus Österreich. Der IDM-Meister aus den Jahren 2008 und 2009. Damals ja, ja 2007 und 2008, so rum ist es richtig. Denn 2009, da war es ja Jörg Teuchert und 2010, da war es Karl Margerich. Hier haben wir Mark Wildesen, der ja mit Rang 13 im ersten Rennen wieder mal Punkte geholt hatte. Und immer besser in den Sprung kam. So, jetzt Ranseder schon ganz, ganz nah dran an Martin Bauer. Und schauen wir mal, ob es da die Attacke schon gibt. Die BMW Power, ja, deutlich überlegen. Also, schauen Sie mal, wie spielen gleich der da an Martin Bauer vorbeigegangen ist. Übernimmt also jetzt in der fünften Runde die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich Michi Ranseder da gleich wieder absetzen kann. Ob das so ähnlich läuft wie in Rennen 1. Denn da hat er ja überhaupt nichts anbrennen lassen. Da war es ein ungefährdeter Startzielsieg. Von Anfang an in Führung gewesen. Und diese Führung hat er dann permanent ausgebaut. Ist dem Martin Bauer immer weiter davon gefahren. Allerdings muss man auch bei Martin Bauer sagen, Der ist natürlich hier auch mit Köpfchen gefahren. Denn er weiß natürlich, solange ich vor Karl Magerich und vor Damien Katlin bleibe, kann mir nichts passieren in der Gesamtwertung. Da baue ich meine Führung sogar noch aus. Nebel hinter Wenemann. Dann hier auch Sascha Hommel mit dabei. Und Sie sehen es schon, nach nur einer Runde, der Vorsprung von Ranseder auf Martin Bauer schon gewachsen. Katlin vor Andy Meklau auf der Suzuki. Und hier haben wir Gilbert van Genhoven direkt vor Roman Stamm. Und da fährt einer geradeaus in der sechsten Runde. Und das ist eine BMW. Werden wir auch gleich nochmal im Bild haben, wer das denn war. Denn da gab es dann auch schon den ersten Ausfall in diesem zweiten Superbike-Rennen. Also nach rund einem Drittel der Renndistanz haben wir dann den ersten Ausfall. Werden wir gleich, wie gesagt, nochmal ein Bild haben. Gareth Jones, Wenemann. Dann haben wir Nebel, Backlund, Teuchert, Hommel, Van Genhoven. Und hier das Duell Matej Smirsch gegen Roman Stamm. Smirsch presst sich dadurch in der zweiten Linkskurve, hier im Infield. Und kann damit wieder eine Position nach vorne kommen. Aber wie gesagt, Meisterschaftschancen. So, hier haben wir den Ausfall. Das ist Philipp Altendorfer. Haben wir schon gesehen, der ist da gerade ausgefahren. Da gibt es technische Probleme an der BMW, an der Wilkers BMW. Und damit das Aus für ihn in diesem zweiten Rennen. Nachdem das erste Jahr ganz gut lief mit Rang 6. Philipp Altendorfer einen Rennsieg in diesem Jahr hat er ja geholt. Und zwar auf dem Salzburg-Ring. Da hat er Dämon 2 gewonnen. Und damit auch nicht so schlecht in der Saison hier unterwegs. Auf Position 11 vor diesem Wochenende. Damien Katlin auf Rang 3. Er bestätigt im Prinzip das, was er die gesamte Saison über schon gezeigt hat. Wenn man da mal auf die Platzierung schaut. Fünfter, Achter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster, Vierter, Dritter, Vierter, Siebter, Zwoter. Zweimal in Folge in Schleiz. Dann Siebter im ersten Rennen. Und hier im Moment auf Rang 3. Also daran merken Sie schon, der war durchgängig in jedem einzelnen Rennen in dieser Saison. In den Top 10. Und sogar nie schlechter als Position 8. Von daher kommt sein Rang in der Gesamtwertung auch nicht von ungefähr. Der fährt also eine ganz konstante Saison. Also, der ist im Moment schon raus. Altendorfer hatten wir gesehen. Und dann auch noch der nächste Ausfall. Der wird jetzt in dieser Runde dann noch passieren. Und das ist Franco Sredanov aus den Niederlanden auf der Yamaha. Er ist jetzt also hier nach 8 Runden dann auch ausgeschieden. Beziehungsweise wird hier also jetzt dann auch noch der Ausfall folgen in dieser Runde. Stefan Nebel. Er unterwegs im Bereich der Top 10 Ränge. Wie gesagt, nach ganz vorne reicht es hier nicht. Aber zumindest zeigt er, konstante Leistungen fährt immer wieder in die Top 10. Und das war ja nach der Verletzung, beziehungsweise nach der Verletzungsunterbrechung und dem Schlüsselbeinbruch von Oschersleben. Also auch eine Saison für ihn. Ja, wo er ein paar Rennen auslassen musste. Deshalb in der Gesamtwertung keine Rolle spielt. Er musste da auch seinen Teamkollegen, beispielsweise in Schweiz, Matthäus Miersch, immer den Vortritt lassen. Durfte da also auch nicht wirklich attackieren. Sein Teamkollege hinter ihm war immer Schluss. Er hat gesagt, ich durfte nicht schneller. Denn bei Matthäus geht es natürlich auch noch um die Gesamtwertung. Das Thema hat sich jetzt hier allerdings nach diesem Wochenende endgültig erledigt. Ausfall im ersten Rennen und auch im zweiten Rennen. Und so richtig nach vorne geht es da für den Tschechen vom Inga-Team auch nicht. Karl Magaric, er muss natürlich hier irgendwie mal was reißen. Er hat seit dem Sachsenring im Jahr 2010, seit dem ersten Rennen auf dem Sachsenring 2010, nicht mehr gewonnen. Ist am Ende letztes Jahr dann ja trotzdem Meister geworden, diese hauchdünne Entscheidung in Hockenheim. Aber in diesem Jahr fehlt ihm noch der Sieg. Und auch für Hockenheim bin ich persönlich da nicht unbedingt optimistisch, wenn man sich da noch an die Performance im letzten Jahr erinnert. Und hier wird es ja eigentlich auch nichts werden, bei jedem zweiten Rennen. Dafür fehlt doch ein bisschen Leistung. Er hat aber auch gesagt, es ist Quatsch, wenn mir jemand unterstellt, ich wäre nicht mehr motiviert. Es gibt halt einfach nur ein kleines Problem mit der Honda im Vergleich zur BMW und zur KTM. Die anderen haben einen viel größeren Sprung gemacht als wir. Und von daher ist man dort aktuell nicht ganz auf dem Niveau, dass man Rennen gewinnen kann. Nervt ihn natürlich auch. Und das nährt natürlich auch so ein bisschen die Spekulationen fürs nächste Jahr. Denn es war am Wochenende zu lesen, dass sein Wohnmobil verkauft werden soll. Ist jetzt die Vermutung, entweder ist es ihm mittlerweile auch zu groß oder vielleicht ja auch schon so ein kleiner Schritt in Richtung Aufhören. Das wissen wir also aktuell nicht so richtig. Aber wie gesagt, das war ein Nährboden für Spekulationen. Jetzt wieder der Blick aufs Rennen. Da hatten wir ein bisschen Zeit, weil nicht allzu viel passiert ist. Anseh da vor Martin Bauer. Das ist relativ eingefahren. Auch die Position 3 und 4. Da tut sich im Moment nichts. Aber dahinter hatten wir dann eine große Gruppe. Und auch hier, diese Gruppe wurde interessant mit Philipp Backlund, Roman Stamm und Matthijs Mersch. Diese Dreiergruppe, die sollten sich in den nächsten Runden hier auch richtig ordentlich geben auf der Rennstrecke. Das war also auch richtig gut anzusehen. Da gab es dann immer wieder Attacken. Also da können wir uns jetzt schon mal drauf freuen. Vorne an der Spitze, da war es wieder eine eindeutige Angelegenheit. Die letzten 7, ja etwas mehr als 7 Runden stehen da jetzt auf dem Programm. Van Ginhoven vor, Jörg Teuchert. Dann hier Backlund, Roman Stamm und Matthijs Mersch. Die 3 ganz ganz dicht zusammen. Die haben also die KTM hinter den beiden Suzuki. Die natürlich ein bisschen das Nachsehen hatten gegenüber Andy Meklau, der mit seiner Suzuki und seiner alten Dame hier auch im zweiten Rennen die beste Suzuki im Feld war. Aber da wird ja auch immer ein bisschen gemunkelt. Ist das alles genauso nach dem Reclamon, wie das in der IDM sein soll? Letzten Endes ist das eigentlich auch völlig wurscht, denn er bekommt ja sowieso keine Punkte. Und von daher rückt jeder, der dahinter ist, nach. So, jetzt die Attacke hier von Matthijs Mersch gegen die Suzuki von Roman Stamm und er fährt Philipp Backlund erst mal gerade aus. Und damit verliert er da gleich ordentlich an Positionen. Smersch an Roman Stamm vorbei. Und Backlund, wie gesagt, musste sich jetzt erst mal nach hinten orientieren. Schauen wir mal, ob Roman Stamm da vielleicht gleich wieder kontern konnte. Hatten wir ja hier in den vergangenen Runden immer wieder gesehen, dass wenn man da oben zwar vorbeigegangen ist, dass einem dann doch ein bisschen ein Schwung gefehlt hat und dass die Konferenz meistens sofort wieder kontern konnte. So, Meklau auf der 4 und Matthijs Mersch bleibt erst mal vor Roman Stamm. Da geht es im Moment mal um Position 12 bzw. 11 müsste das im Moment sein. Wir schauen mal, gibt es denn weitere Ausfälle? Die gibt es, nämlich Philipp Backlund, also der ist da gerade ausgefahren. Sah so ein bisschen nach Fahrfehler aus, aber eben auch scheinbar technische Probleme, denn er schiebt in dieser Runde, in dieser 12. Runde dann auch aus. Also diese Hitze hat vielleicht dann doch das ein oder andere Motorrad etwas mehr mitgenommen. Muggeridge Jones in dieser Gruppe, da ist es also auch wieder richtig heiß zwischen den Australiern, die natürlich bei diesem Klima eigentlich gut zurechtkommen sollten. Aber ob das die Motorräder eben hinkriegen, das ist die zweite Frage. Vorne an der Spitze brannte überhaupt nichts an bei Michi Ranseder und bei Martin Bauer. Also die beiden, die brachten dieses Ergebnis hier locker über die Runden, auch dahinter die Abstände relativ groß. Aber diese Gruppe hier mit Stefan Nebel am Ende, davor Barry Wenemann und eben auch Karl Muggeridge und Gareth Jones. Diese 4er Gruppe, die war noch richtig spannend, die war noch ganz dicht beieinander. Und da galt es natürlich auch Positionen gut zu machen bzw. zu halten für Karl Muggeridge, der sich ja noch Hoffnung auf die Gesamtwertung machen kann. Aber wie gesagt, ich glaube mal, das wird alles ganz, ganz eng werden, wenn hier im Rennen nichts Dramatisches mehr passiert und Martin Bauer diesen zweiten Rang nach Hause bringt. Denn aus eigener Kraft geht da nichts nach vorne. Und jetzt schauen wir wieder auf unsere beiden Streithähne. Hier erstmal der Blick auf Jörg Teuchert. Und gleich werden wir dann wieder das Duell im Bild haben zwischen Roman Stamm und Matthij Smirsch, die sich da das ganze Rennen über, also einen heißen Fight lieferten. Damian Katlin auf Rang 3 bestätigt das, was ich Ihnen gerade schon vorhin mitgeteilt habe, mit den Positionen ständig unter den ersten 8 zu sein in dieser Saison. Auch wenn es mal Probleme gab, wie im ersten Rennen mit dem Reifen. Hier Roman Stamm und Matthij Smirsch, die wechselten also fleißig die Positionen und kämpften da um Platz 11. Da ist der Hommel dahinter. Da hatten wir auch noch ein Bild. Da war nur noch Mark Wildissen dazwischen. Mark Wildissen im ersten Rennen auf Rang 14 und auch hier im zweiten Rennen im Moment mal auf Rang 13. Smirsch in der Verfolgung von Roman Stamm. Das war noch so ein bisschen das interessanteste Duell, wenn wir uns mal, oder wenn wir mal diese Gruppe mit Muggeridge, Jones, Veneman und Nebel ausklammern. Denn auf den ersten vier Positionen, da passierte mal rein gar nichts. Und dann hier diese Gruppe, die habe ich also gemeint mit Gareth Jones, der sich jetzt hier wieder an die Spitze dieser Gruppe gesetzt hat. Also am anderen Australier an Karl Muggeridge vorbeigegangen, dann Veneman und Nebel. Also, da ging es auch fleißig hin und her. Drei Runden jetzt noch zu fahren für die beiden Österreicher an der Spitze, die natürlich angefeuert wurden von den vielen, vielen Fans. Die natürlich speziell den österreichischen Piloten hier die Daumen drücken, wie die von Andy McLeod, der natürlich heiß war. Hier nochmal ein richtiges Top-Ergebnis hinzulegen in seinem letzten Rennen auf internationaler Bühne. Wie gesagt, die Superstock 1000, die österreichische Meisterschaft, war ja hier auch am Start. Das war dann das allerletzte Rennen hier am Wochenende und auch da war er ja dabei. Das Rahmenprogramm, das werden Sie in einem separaten Video auch noch sehen, denn da war ja Andy McLeod auch noch mit dabei und auch erfolgreich gewesen. Jetzt sind Jones weiterhin vor Karl Muggeridge, dann Barry Veneman, der ja ausgefallen war im ersten Rennen und Stefan Nebel. Vorletzte Runde, Sie sehen es, der Vorsprung weiterhin riesig von Michi Ranseder, der hier einen ungefährdeten Doppelsieg entgegenfuhr. Hier, André Marcevic wird da gerade überrundet, also auch ein grausames Bild, wenn man sieht, wie die da vorbeifliegen an seiner Stelle. Da kann man schon mal ein bisschen das Zittern bekommen. Aber ging alles gut, kein Problem dort bei den Überrundungen. Hat da also gut aufgepasst und hat diese Gruppe da nicht behindert. Jones, Muggeridge, Veneman und Nebel, da hat sich von den Positionen her zumindest mal nicht allzu viel getan. Trotzdem alle noch richtig dicht beieinander. Da könnte vielleicht zum Ende hin doch nochmal irgendwo eine Attacke erfolgen. Und jetzt sind wir in der letzten Runde mit dem Spitzenreiter, mit Michi Ranseder, Martin Bauer auf Rang 2. Damit kann er, denke ich, sehr, sehr gut leben, vor Damien Katrin über ganz viel kommen. Hier die Attacke von Stefan Nebel gegen Barry Veneman, das hat nicht funktioniert. Weite Linie von Roman Stamm und damit auch die Entscheidung in diesem Duell gegen Matthias Mersch. Und jetzt sind wir dabei bei den letzten Metern von Michi Ranseder hier auf dem Red Bull Ring. Hin zum Doppelsieg an diesem Wochenende und damit ein perfektes Wochenende Pole Position und zwei Rennsiege. Das war also eine lupenreine und astreine Vorstellung. Und am Ende konnte er sich halt hier über 50 Punkte freuen und damit nochmal ein gutes Ergebnis. Ranseder, Bauer, Katlin, das ist das Podest. Dann Andy Meklau, dann die nächsten beiden Australier, Gav Jones und Karl Muggeridge. Spänemann, Nebel auf der 8, Van Ginhoven auf der 9, Jörg Teuchert auf der 10. Smersch, Stamm, Wildesen, Rommel und Irek, Sikora. Das sind die Top 15. Und da haben Sie schon gesehen, viele, viele BMWs wieder ganz, ganz vorne. Denn hier auf der Strecke ging es natürlich auch um Topspeed und Leistung. Und jetzt noch der Blick auf die Gesamtwertung. Da sieht es richtig gut aus für Martin Bauer, der ja im Moment genau 40 Punkte Vorsprung hat. Werden wir hier gleich noch im Bild sehen. Und 50 gibt es ja nur noch insgesamt zu holen in Hockenheim. Und die müsste dann Karl Muggeridge holen, damit das noch irgendwie für Martin Bauer nicht reicht. Damien Katlin ist jetzt zwar noch nicht endgültig aus dem Meisterschaftsrennen raus mit 185 Punkten auf Rang 3. Muss ich da jetzt allerdings auch nochmal nach hinten orientieren. Michi Ranseder wieder in Schlagdistanz. Das war die IDM Superbike hier am Red Bull Ring 2011.